Hallo ihr Lieben und recht herzlich willkommen beim Nette-Leute-Treff, eurem Ü50-Freizeittreff im Ländle. In den letzten Wochen werde ich immer wieder gefragt, André, was macht ihr 2021 mit euren Wanderungen? Ich habe mich für euch mal ein bisschen schlauer gemacht im Internet auf den einschlägigen deutschen Wanderseiten und was ich rausgefunden habe, das seht ihr wie immer nach dem Intro. So, da sind wir wieder. Wanderungen 2021, alles nicht so einfach, wir stecken mitten im Lockdown. Aber was machen denn eigentlich die großen deutschen Wandervereine mit ihren tausenden von Mitgliedern, die alle wandern möchten? Und da habe ich mich im Internet ein bisschen umgeschaut auf den einschlägigen Seiten. Und wenn wir uns zum Beispiel an den deutschen Wanderverband orientieren würden, dann würden wir Wanderungen durchführen mit maximal 10 Personen. Wir würden beim Wandern uns natürlich an die allgemeinen Hygiene- und Abstandsregeln halten. Das heißt, immer ein Haushalt mit einer weiteren Person und zu den anderen Personen immer eineinhalb bis zwei Meter Abstand. Natürlich würden wir auch hergehen und würden, wenn wir mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren würden, Masken nutzen. Wir würden auch auf die Begrüßungsrituale verzichten, wie Hände schütteln, Umarmen, Küsschen. Wir würden auch zum Beispiel sicherstellen wollen, dass wenn ihr mitgeht zum Wandern, dass ihr euch sicher seid, dass ihr in den letzten 14 Tagen keine grippeähnliche Symptome hattet und so weiter und so weiter. Also eigentlich alles Dinge, die wir schon gewohnt sind, die wir schon kennen. Aber das Wichtigste natürlich für uns, wir dürfen wandern. Und wenn wir unserem Körper was Gutes tun wollen, wenn wir für unser Immunsystem etwas Gutes tun wollen, dann müssen wir natürlich raus an die frische Luft und uns bewegen und wandern. Und was Besseres können wir eigentlich gar nicht tun. Unsere erste Wanderung in 2021 habe ich geplant in der kommenden Woche am 2.5. Das ist der Sonntag, der 2. Mai und da wird unsere erste Wanderung im Jahr 2021 wieder stattfinden. Und von da ab natürlich wieder alle 14 Tage regelmäßig am Sonntag. Unsere erste Wanderung wird in Magrüningen sein und zwar die Enz-Wanderung. Die haben wir schon ein paar Mal gemacht. Das ist schön unten am Bach entlang, hoch zum Flohberghaus und dann zurück durch den Wald. Strecke, ca. 10 Kilometer, wirklich für jeden machbar, ganz gemütlich zum Einlaufen. Und mich würde es freuen, wenn wirklich viele von euch teilnehmen werden. Wenn ihr vielleicht zum ersten Mal mit dabei seid und noch nicht wisst, wie ihr euch jetzt für den Termin anmelden könnt, am besten ist, ihr ruft mich an oder schickt mir eine WhatsApp und dann seid ihr eigentlich auch schon mit dabei. Bis dahin wünsche ich euch viel, viel Gesundheit. Haltet die Ohren steif und wir sehen uns zur ersten Wanderung am 2. 5. Sonntag um 11.30 Uhr zur Wanderung. Bis dahin, tschüss, euer André.